Ich habe nicht viel internen Speicher. Ich habe jetzt ein Video gedreht und gemerkt, dass er nicht aufgenommen hat. Solche Sachen wie No-Fat-Challenge oder Yoga oder eine reinere Ernährung, das muss man sich bewusst machen, dass das alles nur Werkzeuge sind. Weil das Außen, das existiert halt im Prinzip nicht. Und das sind deswegen nur Werkzeuge, um an den eigenen inneren Stellschrauben rumzuschrauben oder rumzumanipulieren, sage ich mal so. Deswegen funktioniert das bei den meisten auch nicht, weil die halt denken, ja ich muss einfach nur das und das machen, das bewirkt das und das. Das ist halt dieses typische Mindset, was die meisten haben, dieses materialistische Mindset, diese Exoterik. Das ist halt sozusagen das Gegenteil von Esoterik, dieses exoterische Denken, dass man einfach das und das machen muss, dann kommt das und das bei raus und fertig. Und deswegen funktioniert das bei den meisten nicht, auch eine reinere Ernährung vielleicht nicht. Oder halt funktioniert zumindest dann nicht optimal, weil die dann halt dieses Werkzeug nehmen und dann halt nicht an der richtigen Stelle ansetzen und zwar bei den eigenen Stellschrauben, sondern einfach denken, ja ich brauche nur das Werkzeug, das materialistische, jetzt habe ich dieses Material und damit hat sich dann alles. Dann ploppen die halt irgendwo, sind nur mit dem Hammer auf dem Boden rum mit diesem Werkzeug sozusagen und es passiert aber nichts. Oder man setzt das Werkzeug doch an der richtigen Schraube an, aber halt nicht optimal, weil man nicht so ein Bewusstsein hat, weil man die Dinge noch nicht so klar sieht. Und deswegen halt die Schraube nicht ganz sieht, wo die jetzt ist oder ob das die richtige Schraube ist, sondern die ganze Zeit Energie reinsteckt und schraubt und schraubt und schraubt. Aber es kommt nicht sehr viel bei rum oder halt nicht optimal. Und das ist halt die Sache, dass man halt nicht sieht, dass das nur Werkzeuge sind für einen selber. Im Prinzip braucht man diese ganzen Werkzeuge überhaupt nicht. Man braucht keinen Sport, keinen Yoga und keinen Hass, nicht gesehen, keine photorische Ernährung, keine Lichtnahrung, irgendwas. Wenn man die Dinge einfach loslässt, also man schraubt da an inneren Schrauben rum, man schraubt sich die Schrauben locker, damit die Dinge halt besser fließen und damit man es einfacher hat. Dadurch wird es einfacher haben. Das heißt, wenn man eine Schraube locker hat, dann ist man eigentlich schon sehr weit, weil das ist halt der Weg. Aber wenn man diese ganzen Schrauben und Blockaden, das alles loslässt und rauslässt, dann ist er gar nicht mehr da. Da hat man das Ziel quasi schon erreicht. Und das ist die effektivere Methode und dadurch braucht man dann auch diese ganzen Werkzeuge nicht. Und deswegen ist mein Lieblingswerkzeug eigentlich die Meditation, weil es halt ein sehr feines Werkzeug schon ist, ohne größere Umwege, wo man dann noch viel Energie bei reinstecken müsste. Und ja, das ist dann umso einfacher, sage ich mal. Das sind halt so meine Lieblingsmethode. Aber es kann halt alles funktionieren. Man sollte sich dann bewusst sein, dass es halt wirklich Werkzeuge sind. Ach ja, was natürlich auch noch sehr wichtig wäre, dabei zu wissen, wie man dann halt richtig ansetzt mit diesen Werkzeugen und wie man die halt richtig verwendet. Das ist natürlich dann das Essentielle, was auch noch wichtig wäre zu erwähnen. Und dafür sollte man sich dann einfach überlegen, ja, wofür sind diese Werkzeuge, die jetzt mit mir gerade resonieren, wie zum Beispiel ein No-Fap-Challenge oder eine reine Ernährung oder Yoga, wozu diese Werkzeuge eigentlich da sind? Was deren Zweck ist? Das ist natürlich wichtig zu wissen. Und zum Beispiel ist der Zweck dann von Yoga, sich halt innerlich freier zu machen, dass man, also durch diese Dehnung zum Beispiel, da muss man ja einen sehr freien Körper haben, um das einfach zu schaffen, zumindest auf Dauer zu schaffen, diese Dehnung hervorzubringen. Und da verändert sich dann halt im Geist diese Stellschraube, dass man frei wird und dadurch halt die Lebensenergie besser fließen kann. Und bei der No-Fap-Challenge ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen. Also da ist es einfach so, dass man sich von externen Bedürfnissen oder von eigenen Trieben, also nicht unbedingt extern, aber so von eigenen Trieben versucht zu löst, indem man halt versucht, dadurch, dass man sich dann von diesen Trieben gelöst hat, dass man dann gewissermaßen höheren Dingen mehr Raum bieten kann, mehr Platz bieten kann. Aber die Dinge sind gar nicht in Wirklichkeit nicht höher, sondern die sind nur in dem Sinne höher, dass man sich selber als höher bewertet, was auch nicht falsch ist, weil es einen halt dazu hinzieht und weil man das dann erfahren möchte. Also was auch immer man persönlich damit interpretiert, was halt höhere Dinge für einen gerade sind, kann man halt wirklich dadurch, dass man sich selber halt sozusagen kontrolliert, aber halt im positiven Sinne selbst induziert und ganz freiwillig, zum Beispiel seine eigenen Instinkte und Triebe sozusagen im Griff hält, dass man dann halt anderen Dingen, sogenannten höheren Dingen, mehr Raum geben kann. Das ist dann sozusagen die Stellschraube, die das halt beinhaltet, auch allgemein, sag ich mal, wie heißt das nochmal, Abwesenheit von sexuellen Tätigkeiten an sich, Zölibat oder so, umgedönst. Das ist halt ein bisschen genau das Gleiche. Und ja, wenn man das halt wirklich will und so weiter und es einem Spaß macht, dann funktioniert es halt auch und es hat keine negativen Effekte, aber wenn man halt sich dem nicht bewusst ist, dass es gar nichts bringt, wenn man es einfach nur macht und dieses Werkzeug nicht an der richtigen Stelle ansitzt, dann steckt man die ganze Zeit halt nur Energie rein und kann dann sogar sehr zerstörerisch wirken. Ja, das war's dann erstmal.